Hallo zum Wochenendwetter von Wetter.net. Nein, wir haben noch nicht Dezember, aber Hochzuggebiet Nikolaus schenkt uns ein Altweibersommerwochenende. Wer also Wärme und Sonne mag, der sollte das Wochenende genießen, denn in der nächsten Woche scheint es schon wieder leicht abwärts zu gehen. Im Detail sieht es am Samstag so aus, da gibt es viel Sonnenschein, es bleibt überall trocken, nur im Norden sind die Wolken etwas zahlreicher, das bei 18 bis 24 Grad. Am Sonntag wird sogar noch etwas wärmer, entlang des Rheins sind bis zu 26 Grad möglich und der Tag startet erneut freundlich nach Nebelauflösung, aber am Nachmittag und am Abend kommen im Westen und im Südwesten schon einzelne Schauer auf. Am Montag ist es dann schon deutlich wechselhafter, vor allem in der Mitte und im Süden gibt es viele dichte Wolkenschauer und auch einzelne Gewitter. Weiter nach Norden kann sich die Sonne noch etwas häufiger zeigen, das bei 15 bis 22 Grad. Ja, dann scheint es richtig herbstlich und auch ungemütlich zu werden, denn das erste herbstliche Sturmtief, das nähert sich Deutschland. Am Dienstag gibt es noch einen recht freundlichen Mix aus Sonne und Wolken mit nur einzelnen Schauern bei bis zu 22 Grad. Am Mittwoch ist es im Norden und über der Mitte schon stark bewölkt, vereinzelt fallen hier schon ein paar Tropfen. Im Süden zeigt sich die Sonne noch öfter, ist das bei 16 bis 23 Grad. Am Donnerstag scheint es im Norden stürmisch zu werden, vor allem an der Küste sind da Sturmböen möglich. Hier sind die Wolken dicht, Schauer ziehen vorüber, weiter im Süden kriegt man davon nach jetzigem Stand eher wenig mit, das bei 17 bis 24 Grad. Mit diesen Aussichten wünsche ich euch ein schönes spätsommerliches Wochenende, bis nächste Woche.